guten abend und herzlich willkommen zu einer folge csgo zusammen mit dem valentin wir spielen wie nennt sich die mission wingman genau vom hetero event spielen wir mal ne runde haben wir es mal gedacht spielen wir einfach mal ne runde rein auch einer spot ich komme gleich rüber das ist zwei versus zwei ich krieg einen anfall ok die sind anscheinend sehr sehr schnell auf dem spot ja nebenbei kommt da direkt lustig dieses loch hoch wollen wir rein forsen kann man kaufst du molotov kann ich machen dann schmeißt du gleich den in dieses loch rein weil da kam ich glaube ich durch granaten ich bin gerade ein bisschen blöd ich bin noch nicht so im csgo feeling wieder drin ja ich gehe direkt von unten durch die kommen wieder hoch durch das drecksloch soll ich oben ja einer ist schon spot wieder hat mich gesehen ja dann erst gleich für den retag hast du den kit ja hab ich dann pass auf dann smoke ich hier durch ach dann gehen wir jetzt durch kam rein rechts rechts hinten ak schön ach gott ja ich hätte es erstmal durchhalten müssen doch was ja ich schaue gerade wie viel stunden die herrschaften zu haben weil das hängt nicht vom normalen matchmaking rang ab 1400 das eine eko machen ja ich kauf eine diegel der pilot geht rein ich fliege gleich weg ich versuche jetzt mal rechts diesen gang hier kann man eine wunderschöne headshot engel habe ich irgendwie benutzen so der gang ist eigentlich gar nicht schlecht wenn jetzt kann man hängt das ist ja mal acht meine güte die kommen echt schnell rein ja das wollen da gleich am anfang molotov den wir da unten rein eigentlich schon ja ich habe leider keine rüstung ich auch nicht die bombe ist gesichtet jetzt hier ich bin ja ich bin in diesem gang halt drin eins ich habe naka der kommt von hinten ja er ist ja kitterein 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 sehr schön das war schon geile eko geile eko ja sehr gut dauert noch einen moment aber passt interessanter spielmodus also muss man sich erstmal reißen macht spaß da hätten er dann noch eine akku doch ja das muss ich jetzt nicht egal wir können reinkaufen dann hol ich die willst du eine abgebung nee gut nee lasst ja ich hab mal bei rifles bleiben erstmal ja lasst vollen jetzt einfach kaufen holst du noch molotov dann schmeiße ich direkt den molotov auf den spot weil ich habe einen gedroppt bekommen ich kann auch noch mal eine granate hinterher pfeffern ich hab auch ich war längere zeit ist nur noch im sdk hat nicht mehr viel cs gespielt hauptsache hauptsächlich halt ihnen das neue event so ein bisschen guardian ja und ein bisschen ähm ähm die lustigen spielmodi da oh die kommt von unten beide 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 ich hab ne eko oh du kacke sorry mein Fehler ich hab run in gang gemacht da drückt er mit der pizza 50 in 1 hätte ich oben nicht run in gang machen sollen ja ne in so einer situation ähm da hatten wir gut platz um zurückzufallen da hättest du zurückfallen können molotov werfen können aber ja ich hätte einfach hin zu sehen ich spiel mir was lustiges was lustiges was willst du denn lustiges ach so ach so ich weiß nicht ob das sich hier so lohnt aber du schaust ich guck dann richtig rein oder ja die kommen wieder von unten die kommen beide von unten ok hast du noch ein mädchen hinterher ach du schon ich geh jetzt rein auf ars bot tu das ok ich glaub die kommen wieder von hinten so wie die vorhin gekommen sind ja ne die kommen von der box ja eine bomb ist aber hier bomb ist hier ich hab einen hinter der box drin jo der könnte durch den lustigen gang kommen ich weiß nicht ob die der bombeleine da schon drauf ist ne die tue nicht das bin ich nein doch die rechte ecke da scheiße rechts der ist in diesem gang drinnen hinter der smock ja ich geh speichern ja macht das was ich hab dir nur 15 gegeben alter krass ah ja ich hab immer mit der avp nichts geht willst du nicht so ein avp spielen wenn ich die behalte ähm ja kann ich machen so mal gucken kommen die raus kriegt hier hoffentlich keinen schaden mehr das wäre sehr unschön mhm ja ich glaub nicht oder ach ein bisschen hätt ich jetzt aber auch nicht mitgerechnet gut dann ähm wie machen wir es jetzt ja ich spiel famas spiel famas aufschreien ok dann guck ich jetzt einfach erstmal vom jeep hinten weil da bin ich dich ein bisschen sicher ja mach das da kommt wieder was hoch ja die kommt wieder hier durch ach du scheiße ne vielleicht ne handy aber auch nur könnte auch nur ein preenade sein da unten schön der ist bombe da unten hinten im bombe ich hab blaue hp ja warte mal schön so jetzt muss nur noch die der spot what the fuck der stand hinter der kiste als ob der da so recht richtig hässlich umgeschimmelt ist ach Gott er kommt bestimmt von da hinten ja verschwierigt der hat ein hit ja der eine die kommt in die side rein die legen oder legen die ich glaub die legen ich hab diesen jetzt sind sie einer ist einer ist linke seite ja ich komm durch oh einer ist draußen ach das ist das ist nur genau das ist nur so kurz dann pass auf dann ähm da lass beide Rüstung kaufen ok ok also wir haben 800 vermutlich oder ja genau boah jungen ach wir hätten grad vollkaufen sollen ich wusste das nicht hab ich auch nicht reingedacht so wollen wir direkt kommen wir gehen direkt durch das loch wo ist das loch da ich hab das loch nicht hier wo ist der kommt von hinten links 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 ok ach ich wusste nicht dass man da auch hingehen kann geh close geh close mit der glock wtf was du mit der glock super gegen usps machen kannst ist einfach jump peeken oder sowas jump um die ecke und dann oh jetzt müssen wir oh 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 jetzt bist kritisch hier tag 9 rein komm ja müssen wir lass ne HE kaufen für den spot wo der vorhin stand ja links ist auch wieder einer dick schnell der kommt ins loch ins loch ich hit nix ich mach durch bleiben einfach nur der kommt ins loch ins loch ach wir haben mit den blauen Platten bekommen wenigstens ja ist es best of 8 ja ja weiß ich nicht ja also best of 16 also achso ja gut es ist ja immer also neue Runde ah ne noch eine Runde ja genau weil best of 16 musst du ja noch eine Runde gewinnen so wie kompeter für best of 30 ist so um ok dann reinkaufen rein wo ok man muss sich dran gewöhnen erstmal da ist obendurch ok hier oben achso ja wobei haben die nicht den jetzt eine Arm könnte eine haben oder der steht beim Truck kannst du mich hier hoch bussen ja oder ich weiß nicht hier kommt man glaube ich ja genau ich hab jetzt auch selbst hochgekommen ja schön schön ok jetzt komme ich doch nicht hier hoch Ich lauf mal. Kann ich außen rumlaufen? Wir suchen unten lang, ich hab ne... Nein, hinter uns, hinter uns, hinter uns! Irgendwo hinter uns, keine Ahnung. Wo? Ja, unten, unten, unten! Low OP! Hälfte! Scheint irgendwo da unten. Kannst du runter, ne? Ich versuche. Oder leg schnell, leg schnell. Oh nein, ich guck erst mal. Okay, ist da nicht mehr. Gut, als ob der mich durch diese kleinen Luft wieder gesehen hat. Okay, wollen wir noch ne Runde spielen? Machen wir, machen wir. Jo, eines noch. Das ging ja recht flott. 15 Minuten einmal. Das ging sehr schnell. Dann sehen wir uns in ein paar Minuten wieder. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer zweiten Runde. Heute mal auf Lake. Gegen einen Herr, der nennt sich Glock 17, und einen Herr, der nennt sich Luftwaffe. Mhm. Und ich würd mal sagen, wir posten uns einfach mal hier in das Haus rein. Ich geh mal ins Wasser, du gehst hinten lang. Hinten? Einfach auf lange Entfernung. WTF, okay. Wo ist das? Wo ist das? Einer ist drinne, einer ist drinne. Ah, der im Text. Ja. Ich komm jetzt direkt von hinten. WTF, du hast überhaupt keine Entdeckung dabei. Fall mal ein bisschen zurück. Alter, Vater. Beide Seiten, oben sind beide. Okay. Beide außen Terrasse. Also. Waren. Mh. Nein. Ah, fuck. Der ist oben. Direkt über dir. Ja. Oh Gott. Der plantet. Oh. 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 Lol. Was war das für'n Shot? Einfach dieser Jumpshot des Sohnes. Einfach Jumping und durchs Die Wand durch. Wieso war das eigentlich kein Wandkill, Alter? Keine Ahnung. Nicht cool. Ah, guck mal, ich hab mir was Schönes geholt. Ich bleib bei der Teknan. Ist eigentlich Team-Schaden an? Ähm, ja. Okay. Unten? Ne, oben. Oben einer. Okay, ich löp mich hier gleich durch. Wo bist denn du? Ich glaub, ich hab die von hinten. Ne, der mich. Einer geht hoch, einer geht hoch. SMG ist im Wasser. Und einer ist oben im... Im Dachgeschoss. Komm jetzt vor den Balkon? Jo, einer irgendwo. Hä, wo ist der Typ? Wo ist der Typ hinten verschwunden? What the fuck? Du bist unten im Haus, oder? Ich bin jetzt gerade im Wasser. Da war irgendwo eine SMG. Ne, okay, unten im Haus ist einer. Egal, lass ihn, lass ihn, lass ihn. Ich bin oben im Haus. Jo. Ja, down. Schön. Warum wir down? Letzter, oben, oben. Zweites Stockwerk. Auch zweites? Ne, erstes, jetzt halt. In dem Fall. Irgendwo auf dem Balkon drauf. Letzhaft? Smog dir mal raus. Ich bin, ich bin... Also unter dir. Ah, ja, ja. Ja, unten, unten, unten. Okay, jetzt verstehe ich, jetzt verstehe ich. In der Smoke. Heck. Schön. Aha. Und das muss ich erstmal raufen da hinten. Ja, ich hätte mir irgendeine SMG kaufen sollen. Ich hätte nur die Städte. Mach was. Dann kommt jetzt. Okay, ich mach was Lustiges. Ja, ich mach was Lustiges. Ah, fuck, du hast eine P250 gewonnen, guck mal. Ich hab ne... Egal, ich hab eh ne Ding. Achso. Ja, gut. Das ist erstmal ganz close mit den Shotguns spielen. Oh, ne. Oder mit der... Ich hab zwar ne Dings, aber... Ja, einer closed, Balkon. Bloi. Der hat mir einfach direkt ne Headshot gegeben. What the fuck. Nice. Wie flachst du noch? Äh, zwölf. Hinter mir. What the fuck. Hinten, hinten. Schön. Wee. Alter, damit hab ich jetzt... Nicht gerufen ist, was? What the fuck. So. Ähm... Autos live. Ah, ich bräuchte Molotow. Ich schmeiß gleich die... Ja, könnte man reinholen, oder? Machen wir. Oh nein, jetzt hab ich keine Wurst. Ah, passt ja. Ah, le dole 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 dole. Ich geh close unten. Ich hätte nix. Unten? Einer, einer hinterm Haus und einer unten bei der... Ja, einer ist bei mir oben. Muss. Nachfreckt. Nein. Oh, der kriegt die Dix nicht. Der kriegt die Dix nicht. Ja. Der ist dumm. Kriegt der die Autotacke nicht? Nö. Ich glaub, der hat nicht gerafft, dass ich die Autotacke hatte. Egal. Äh, P9. Oh, na. Oh. Hm? Okay, noch ne Runde ohne Rüstung. Och Gott. Alle guten Dänke sind zwei. Ich hättet ihr auch legen können. Ich wollte eigentlich... Nee, ich wollte mir... OMP holen. Und hab dann aus Versehen auf P90 gekriegt. Oh mein Gott. Unten. 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 Ganz unten? Ja. Der wollte unten bei dem Yacht. Ach, in der Yacht dran. Dann mach ich jetzt hier mal Low-Spiel. 30 HP. Unter 30 HP. Ach, fuck. Du hast ihn gesehen? Du hast ihn links? Ach, Gott. Was ne Engel. Oh Gott, das will meine. Oh, um Gottes Willen. So, jetzt müssen wir mal noch ein bisschen reinlacken. Ja, lass nochmal Shotguns reinkaufen, das geht. Äh, dann mach ich das mal erstmal. Ich guck mal so. Schwer, danke. So, ich bin jetzt ein bisschen dumm heute. So, war. Ich bin ein bisschen dumm. Lass mal zu zweit oben sein, okay? Ach, ich greffe die Treppe. Ich greffe die Treppe nicht. Schön. Easy winning. Ein Shotguns raffend rein, oder? Ja, auf dem einfach gerade. Ich hab mir aber die P90 gesaved. P90 ist auch krass. Diesmal muss ich wenigstens reinhinden hoffentlich. Was ein bisschen verwirrend ist, man weiß halt nie, was für'n, ähm, was für'n Matchmaking-Rang die Gegner haben. Mhm. Deswegen kann man halt sowohl irgendwelche Low-Silvers bekommen, oder halt irgendwelche Low-Bells, die einem in den Kopf geben. Muss? Da ist unten einer. Ja, und da außen. Ja, ja. Ich muss weg. Ich muss weg. Ich muss weg. Hast noch voll Nates. Der kommt die Treppe hoch, wahrscheinlich unten. Inhinkommt jetzt einer? Stell dich einfach mal da hin und warte, bis die Dägen und fall dann da runter. So, es kommt gleich bestimmt einer hoch. Da ist noch voll Nates. Ja, ja. Kannst du ja wahrscheinlich einen Molotov hinwerfen. Der hat los. Ach, der ist gar nicht tot. What the fuck. Warte, was hab ich ihm gehetet? Buuuss. Nix. Also, schon was, aber... So, letzte Runde. Richtig Low was. Wollen wir was Lustiges machen? Äh, was dann? Nochmal. Da. Dann hol ich... Da. Na, egal. Ich spam... Ich spam einfach mal hier die lustige Tür rein. Ja, mach das. Da ist ein Molotov drin. Schön. Ich bin Low. Lass mal, lass mal passiv spielen. Ja, ich muss jetzt hoch, ich muss jetzt hoch, Leute. Weil... Weißt du, wo der Zweite ist? Ne. Ich musste nur hoch mal, weil ich bin Low. Ich sehe nix. Egal, ich sehe im Haus jetzt erstmal. Jo. Hinten, hinten, oder? Ja, irgendwas wurde gerade aufgeschossen. Ja. Direkt bei mir das Glas. Richtung CT oder sowas. Der ist CT, CT. Bleib weg, bleib weg. Falls du es nicht umgehst. Schön. Schön. Sehr schön, so. Das war doch schön, ne? So, dann lass jetzt, ähm... Okay, lass beide wieder, ähm... Rüstung kaufen. Okay. Und mal einfach versuchen, frontal... Also, von unten bei der Yacht da durchzukommen, okay? Ja. Oder... Warte mal, du könntest hinten vom Wasser kommen, ich komme direkt durch die Tür, okay? Okay. Auf drei, zwei, eins, rein. Jo, bin drinnen. Ist nix? Hinten, unten, einer ist gedroppt, glaube ich. Jo, die. Kannst legen. Letzter kommt, ich glaube, von Richtung CT. Ich bin oben. Erstmal. Jo, ich bleib hier unten. Boah, Junge. Der kommt, der kommt hinten unten, die Yacht, glaube ich, rein. Egal, pass, pass, pass. Kein Safe Call. Nee, Tür ist auf. Nee, oben, oben. Bombs, bombs, bombs. Komm raus, komm raus. Schön. Ich wär eh da gewesen. Da liegt ne USP. Nein! Ach Gott. Sorry. Oh, danke. Ich dachte, du wirst die Treppe runter. Nee. Aber ich hasse. Ich dachte mir so, ich mach den Jump. Äh, Mechtan, komm. Alter, die Buy-Time ist kürzer, oder? Hab ich den Eindruck? Ich glaube, ja. Ich glaub, die ist... Ja, die dürfte ein bisschen kürzer sein. Ich krieg mir der Shotgun von CT. Ich geh hoch ins Haus. Ich hab blaue OP. Ich bin auch schon... Einer ist draußen links. Der ist down. Schön. Der letzte war Richtung CT. Leg schnell, leg schnell, leg schnell. Ah, nee, wir sind hier halt links. Nein! Wo war der? Äh, draußen auf der Veranda irgendwo. Tschüss. Sort of, geht rein. Alter. Nietzsche. Nietzsche, Nietzsche. Oh, nein, nein, nein. Nein. Was war das? Ich hab... Ich hab H gedr... Ich wollte H drücken für ein Graffiti und hab auswesend G gedrückt. Es kam noch ein Graffiti. Hm? Es kam noch ein Graffiti. Ja, ja. Weil ich hab's gleichzeitig gedrückt, weil ich so fette Finger hab. Ha, ha. Zum Wurstfinger. Ach, du heilige. Oh, fuck. Sorry. Einer läuft oben, Veranda. Letzter oben, Balkon. Wusst, ich hab den angehörtert. 66 in einer. Ich geh... Eie. Hab ich dem doch einen Hatter gegeben. Dachte ich mir schon. Sehr schön. So, letzter. Soll ich bei der Sort of bleiben? Ja, kannst du machen. Wobei, jetzt werden die vielleicht... Ich hätte... Ich könnte ja eine AK legen. Na gut, passt, passt, passt. Na gut. Dann kaufe ich AK. Lass mal hier vorne pre-naden bei dem Baum. Da war der immer. Ich geh mal weit, weil die Lüften nicht so viel haben. Ich treff nix. Ich geh unten an diesem Stein vorbei. Ich treff immer noch nix. Der dürfte aber Low-RP haben. Close. Let's down. Schön. Oben letzter, oben letzter. Oben? Ja. Ich geh rein durch die Yacht durch. Ich smoke den mal raus. Der steppt oben hinten. Ja, der ist bei der Tür. Der hat Low-RP, Low-RP, Low-RP. Los, los, los. Oben. Läuft. Nice. Schön. Yo, dann vielen Dank fürs Zusehen. Das war's. Ich krieg ne Job. Uh. Oh, sogar hellblau. Ähm, yo. Wir werden vielleicht noch die ein oder andere Folge von der Hydra-Operation rausbekommen. Wir haben... Oh, eine neue Wingman-Skill-Group. Nee, nicht die neue. Wir haben noch einen Punkt dazu bekommen. Genau. Ja, willst du noch irgendwas sagen? Nö. Nö. Okay, ja, dann vielen Dank fürs Zusehen. Und bald gibt's vermutlich eine neue Folge von der Hydra-Mission. Dankeschön. Tschüss. Valentin, du musst Tschüss sagen. Tschüss. Tschüss.